Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt hier im Auto und wie ihr auch sehen könnt, habe ich wieder Seiten auf Full, Leute. Und könnt ihr sehen, wie grau meine Haare sind an der Seite und die müssen heute wieder auf Null gemacht werden. Ich war jetzt drei Wochen nicht beim Friseur, Leute. Ihr wisst, wie schlimm das für mich ist. Ich habe da noch jemanden neben mir, der braucht auch unbedingt Seiten auf Null und hier, schaut mal. Was geht ab, Leute? Nikolaj zu dem Ivanov, aka B-Snack, aka Sascha für euch am Start. Was bin ich? Zeig mal deine Haare, Digga. Oh, Bruder, Katastrophe. Boah, Digga, das ist Seiten auf Full, sein Vater war Seiten auf Dschungel und Doppelkinn auf Full. Da muss was gemacht werden, oder? Das schneiden wir dir gleich weg beim Friseur. Eben. Auf jeden Fall, Leute, ja, ich bin gespannt, was wir mit seinen Haaren machen werden und ich bin gespannt, ja, wir machen heute mal einen Full-Service bei mir. Vielleicht bei dir auch, ein bisschen mit Wachs und so und vielleicht mal ein bisschen was so in die Nase rein, in die Ohren rein. Also Komplettprogramm, weil ich war, wie gesagt, drei Wochen nicht beim Friseur und, äh, ja, sieht halt nicht gut aus, ne, Leute? Hattest du schon mal Seiten auf Null? Bruder, Seiten auf Eins hatte ich, ja. Ja? Mhm. Also, das ist auf jeden Fall nicht Seiten auf Null, aber kriegen wir schon, dieses Null-Gefühl ist ein besonderes Gefühl. Was soll? Das erkläre ich dir jetzt. Okay, das wird mit dem, äh, erstmal wird geschnitten, ja, mit dem, äh, mit dem Trimmer und dann kommt der Rasierer und dann wird der Rasierer angesetzt und dann hörst du es nur noch grrrr und dann fährst du es an, es ist auf Null. Und sobald du dann den Laden verlassen hast, merkst du, wie der Wind an deinen Schläfen entlang, dein Hals nach hinten berührt und, okay, wir haben jetzt einen Pornhut rausgemacht, Bruder. Ich bin schon ein bisschen spitz, auf jeden Fall, ich hab Bock, aber wir müssen jetzt hier raus, weil ich schwitze. Ja, ich schwitze auch, Mann, ist richtig warm. Ist richtig warm. Warte, wir müssen noch ein paar Sachen mitnehmen, also Leute, äh, ja, bleibt einfach dran und gebt schon mal dem Video einen Daumen hoch, ihr wisst Bescheid, dies, das, Ananas. Ja, Leute, auf jeden Fall, das ist Sascha, er hat sich das zwar selber schon vorgestellt und, äh, er hat einen Twitch-Kanal, er ist, äh, für alle Leute, die GTA zocken, äh, ist eine richtig große Nummer, äh, auf GVMP, äh, GTA Roleplay. Und, äh, hat auch einen eigenen Twitch-Kanal, habe ich gerade schon gesagt, Beast Snake Live, ne, genau, ist unten verlinkt und, äh, macht richtig, richtig geiles Roleplay. Auf jeden Fall mal vorbeischauen, Leute, und, äh, für alle Leute, die nicht wissen, ich stream auch jeden Tag auf Twitch, äh, ihr könnt auch gerne vorbeischauen, äh, auf Real Bartmann, ja, also, Bartmann war nicht frei, ähm, leider deswegen, Real Bartmann ist auch unten verlinkt, schaut einfach vorbei, wir streamen jeden Tag, oder du auch? Ja, fast jeden Tag. Ist auch jeden Tag, ich will meine Streamingzeit ein bisschen auf Mittag verlegen, er streamt abends. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei, Leute, und, äh, ja, wie ihr wisst, guckt mal, wo wir sind. Wer die Straße hier kennt, Putkammer Straße, da vorne ist mein Amar, ja, und, äh, ich freu mich schon. Hallo, wie geht's? Gut. Alles klar? Auch gut. Ich war drei Wochen nicht mehr da, Bruder. Ja. Du musst, äh, du musst uns, äh, behandeln, mich komplett heute, mit, äh, Wax, Max, alles, okay? Sehr gerne. Okay. Wie immer. Wie immer. Hast du, äh, das ist richtig cool. Bester Mann, ja? Kannst du heute, kannst du heute einen, äh, längeren Übergang machen? Also so, nicht so, sondern ein bisschen länger. Okay. Ja? Wie geht's dir? Gut, gut. Immer gleiche Arbeit. Ja? Bei dir auch? Auch. Immer gleiche. Immer gleiche. Ja. Aber Wetter ist schön. Oh, Wetter ist schön. Morgen, äh, äh, und am übermorgen, 31 Grad. Oha. 31 Grad. Arabistan. Hahaha. In meiner Heimat. Ja, Mann. Machen wir einen neuen Style, oder was? Nein. Lassen wir einfach so. Einfach so. Kann jeder zu Hause selber machen, ja? Beste, 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 beste. Ich hab gerade alles gefühlt. Beste. Beste. Hahaha. Leute, Mann, ich schwör's euch, das ist nur sein Vater. Ich schwör. Huch, wie glatt das ist, ja? Als hätte ich gar keine Haare hier. Schreibt in die Kommentare die Seiten auf, punkt, punkt, punkt. Ihr dürft gerne einsetzen, was ihr wollt. Ihr wisst bestimmt. Leute, Bart ist wieder stabil, kurz. Guck mal hier an den Seiten. Schnurrbart ist ein bisschen länger. Hier ist ein bisschen länger. So ein anderer Style mal wieder, ne? Ich mag das nicht mehr so lang. Das steht mir nicht mehr irgendwie. Immer wenn ich wachsen lasse, habe ich wieder das Bedürfnis, ein bisschen kurz zu machen. Das steht mir irgendwie nicht mehr an. Was sagt ihr, Leute? Soll ich mein Bart wieder so lang warten lassen oder so ist es okay? Was machen wir damit? Das ist für Nazi. Was? Ja, Nazi ist. Ja. Okay, Leute. Hallo. Und die andere Seite auch. Und hier auch. Oh ja. Ich bin nicht da. Schreib mal in die Kommentare, wie das aussieht, ja? Ich schmeck dir erst wie so ein Alien. Ich aussehe, Bruder. Und das ist meine Mutter sieht. Yes. Ja? Yes, Bruder. Okay, okay. Langsam, lang. Langsam geht nicht. Muss schnell weg. Besser für dich. Okay, mach schnell. Schreibst du? Okay. So. So besser für dich. Guck mal, Leute. Oha, richtiger Lollipop, ja? Ihr wisst Bescheid. Oh, frei. Meine Nase ab. Aha, schön. Ja. Und jetzt? Oha, okay. Oha, hab ich noch nie gemacht. Oha, guck mal. Ich hab sogar Haare im Ohr. Ich hab sogar Haare im Ohr, Bruder. Das ist richtig hart. Das Wachs ist hart, oder? Mhm. Ich sollte vielleicht nicht lachen, ne? Oh ja. Du bekommst es auch. Das ist ein Full Service, oder? Ja, natürlich. Gib bei Amar Full Service. Genau. Kommt hierher, hier kriegt ihr alles. Von oben bis oben. Nicht bis unten. Bleibt nur oben. Unten machst du nichts. Machst du auch Wachs, Rücken? Machst du auch Rücken auf? Machst du auch Rücken auf? Ehrlich? Ey, Leute, für alle Werwölfe. Kommt hierher. Ihr könnt euren Rücken entwachsen lassen. Mit diesem Wachsen. Ich schwör, bitte. Meldet euch bei mir. Wir machen zusammen ein Video. Wir kommen hierher und dann wachsen wir euren Rücken. Oder Brust. Brust auch? Ja? Wir verstehen. Ja. Okay, meldet euch. Wir gehen Brustentwachs machen. Mit dem Wachs. Bei mir einfach. Bei mir einfach. Ja. Machen wir. Nach Feierabend aber. Ja. Nach Feierabend. 19 Uhr. 19 Uhr. Ja. Wenn nicht so viele Leute da sind, dann könnt ihr euch nackt machen. Richtig. Alles ab. Meldet euch bei mir. Wir gehen zusammen. Irgendwie fühle ich mich heute noch frischer als sonst. Aber jetzt ist... Kollegah dran. Der noch nie Seiten auf Null hatte. Aber heute das erste Mal. Ich schwör. Muss sein. Wie machen wir bei ihm? Ja, Minus auf. Ha? Seid ihr Minus. Minus. Ja. Ja. So, gucken wir uns jetzt einmal rum so. Am Doppelkind machen wir Stützen, ja? Hä? Doppelkind kein Null. Nein. Hier lassen wir. Hier noch. Ja. Okay. Aber das hier. Das habe ich extra für dich gemacht. Ja, natürlich. Geil. An alle Leute, die von Sascha kommen. Das ist der hübsche Sascha. Nein, noch nicht. Nikolai Ivanov. Doch. So auch hübsch, Bruder. Sieht schon direkt viel fresher aus, Mann. Ja? Merkt man was? Ohne Witz. Direkt viel, viel fresher. Aber mit Seiten auf Null musst du alle zwei Wochen maximal gehen. Damit es fresh bleibt, oder? Richtig. Maximal zwei Wochen. Maximal zwei Wochen. Wenn du Seiten wie hast? Seiten was? Minus. Minus. Wenn du Seiten Minus hast, musst du alle zwei Wochen hierher kommen. Richtig. Das machen wir dann zusammen, okay? Machen wir. Und? Ja? Schaut gut aus. Digga, was für eine Veränderung, Mann. Also alle Leute hier im Video, ihr werdet es gleich sehen. Vorher, nachher. Definitiv. Brutale Veränderung, ja. Weg mit dem Zottel an der Seite, Digga. Ist so. Ja, Mann. Fresh. Ja. Fresher Serbe hier am Start. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Dankeschön, Bruder. Schönes Wochen mit euch, ja. Dankeschön. Wohin sollen die Leute vorbeikommen? Sag mal deine Adresse. Strasse 6 und Kochstraße. Kochstraße. Kommt alle vorbei. Sehr gerne. Machs gut, Amal. Ciao, ciao. Tschüss. Machs gut. Ciao, ciao. Hey und? Wahnsinn, oder? So schnell hast du den Nikolai verwandelt. Ja, aber echt. Guck mal. Fresh. Wie fühlt sich der Wind an an den Seiten? Wie neu geboren. Ich bedanke mich. Gerne, gerne. Auf jeden Fall Leute. Auf jeden Fall Leute. Auf jeden Fall Leute. Wir sind wieder fresh. Am Stizzle. Ja, ihr wisst Bescheid. Schaut alle auf Twitch vorbei. Bei ihm, bei mir, bei uns. Richtig. Und werden geile Sachen folgen. Lucky, sein Vater. Geiles RP und so weiter. Auf jeden Fall. Ja, Leute. Meldet euch. Wenn ihr Brustbehaarung oder Rückenenthaarung haben wollt. Hier bei Amar. Dann kommen wir um 19 Uhr hier vorbei. Dann bekommt ihr euren Rückenentwachs. Mit dem Wachs, das ich im Gesicht hatte. Bitte. Meldet euch. Kommt einfach. Wir machen das zusammen. Ich will einen haben, der richtige Rückenhaare oder Brusthaare hat. Der die entwachsen möchte. Der die Eier dazu hat. Und zeigt euch der Öffentlichkeit, dass ihr die Eier habt, euch entwachsen zu lassen. Oder was sagst du? Ja. Überstudieren. Definitiv. Aber ihr dürft nicht nur zwei, drei Brusthaare haben. Ihr müsst schon stabile Brusthaare haben. Voll gut. Hier wie bei mir. So, so. So ungefähr. Aber meine ist ein bisschen getrimmt. Ihr wisst Bescheid. Es nervt mich schon, wenn ich da so einen Busch hängen habe. Hey, Ruhe da vorne. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch die Frisur von ihm, die Veränderung von ihm gefallen hat, wenn euch gefallen hat, wie ich leiden musste, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch und schreibt in die Kommentare, was ich als nächstes tun soll. Und ja, wie gesagt, wir sind raus. Wir sind raus. Peace out. Tschüss. 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 Zum prod tão cool warm zurück. Tschüss. Tschüss. Und wenn du eine Nein, wir sehen uns, dass die Weihnachten, dass die Weihnachten, dass die Zeit bleibt. Wir sehen uns aus der Nähe der Zeit, dass wir uns in den Augen treffen können. Vielleicht... Wir haben keine Angst, dass wir in unseren Moment sind. Wir sind ein Leben, wie ein Spiel. Wir sind ein Leben, sondern wir sind. Wir haben keine Angst, dass wir in unseren Moment sind. Die Voslohneig